Aus der Internet, das Gerücht von gestern hat sich inzwischen bestätigt. Call of Duty Black Ops 3 bekommt seinen fünften DLC namens Call of Duty Zombies Chronicles und der enthält acht Zombie-Maps aus Black Ops 1, 2 und World at War. Die Entwickler von Treyarch haben bestätigt, dass dieser DLC zuerst für die Playstation 4 erscheinen wird und zwar schon am 16. Mai. Weitere Details zum DLC gibt's dann in einem separaten Livestream am 8. Mai. Und damit geht's weiter mit einer handfesten Sensation, denn 19 Jahre nach der Veröffentlichung gibt es Half-Life 1 endlich ungekürzt in Deutschland. Damals ist die deutsche Fassung stark gekürzt gewesen, also NPCs sind nicht gestorben, sondern haben sich kopfschüttelnd auf den Boden gesetzt, außerdem gab's statt Soldaten Roboter. Der Grund für diese Aktion ist eine vorläufige Listenstreichung von Half-Life 1, das jetzt nach 19 Jahren vom Index der BPJM geflogen ist. Das ist auf einen Antrag hin passiert, hätte man da noch sechs Jahre gewartet, wäre das Spiel aber nach 25 Jahren auch automatisch vom Index gestrichen worden. Wer Half-Life 1 auf Deutsch hat, kann sich auf Steam den kostenlosen DLC Half-Life 1 an Sensor drunter laden, um dann das Spiel genauso aussehen zu lassen wie in der internationalen Fassung. Der Steam-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds hat große Pläne für die Zukunft, unter anderem möchte man das Spiel nach dem PC auch auf die Konsolen bringen. Und schon jetzt hat ein kleines Team beim Entwickler von Bluehole Nachforschungen angestellt, zur Xbox One-Portierung. Später möchte man das Spiel auch auf die PlayStation 4 bringen, für beide Konsolen-Versionen gibt es aber noch kein konkretes Zeitfenster. Außerdem erklärt man im Interview mit Gamma Sutra, dass man sich auch Gedanken um zukünftige Finanzierungsmodelle und Monetarisierungsoptionen macht. So möchten die Entwickler nach dem Release auch ein Loot-Crate-System einbauen, mit dem man in kaufbaren Loot-Crates besonders seltene Skins finden kann. Das möchte man aber keinesfalls jetzt in der Early-Access-Phase machen, sondern wie gesagt erst, wenn das Spiel erschienen ist. Und dann möchte man auch ein großes Augenmerk darauf haben, dass da kein Glücksspiel draus wird. Schon jetzt sind die Grundlagen für dieses Loot-Crate-System im Spiel. Man kann mit Ingame-Währung schon Loot-Crates mit kosmetischen Items kaufen. Die Schattenseite davon ist, dass einige dieser Items aber zu Mondpreisen im Steam-Marktplatz gehandelt werden. Und es geht weiter mit einer weiteren Valve-Nachricht, denn die haben im offiziellen Blog angekündigt, dass man das Steam-Gift bzw. Steam-Spiele-Verschenkungssystem massiv überarbeiten wird. Die größte Änderung ist die, man kann ab sofort Spiele nur noch zum Zeitpunkt des Kaufs verschenken und nicht mehr im eigenen Inventar bunkern. Außerdem kann man die Spiele auch nicht mehr per E-Mail an Leute verschenken, die noch gar keinen Steam-Account haben, sondern es geht eben nur, wenn man die direkt an jemanden verschenkt, der schon ein Steam-Konto besitzt. Valve erklärt, dass man diesen Schritt geht, um illegale Online-Händler das Handwerk zu legen. Viele von denen kaufen dann nämlich zu besonderen Rabattaktionen haufenweise die Spiele ein, um diese dann nachher über das Schenkungsfeature nochmal teurer zu verkaufen. Trotzdem bringt diese Änderung auch ein paar Neuerungen, unter anderem ein Terminierungsfeature. Das heißt, man kann ein Geschenk dann erst zu einem bestimmten Zeitpunkt verschicken lassen, zum Beispiel als Geburtstagsgeschenk und außerdem versichert Valve, dass mit dem neuen System geschenkte Spiele auch über alle Territorien-Grenzen hinweg funktionieren. Das war's für heute mit den News. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen!